Hallo und herzlich willkommen mal zu einem kleinen Informationsvideo. Heute ist der 1. April 2016 und ich wollte euch einfach mal sagen, was zum Beispiel YouTube meines Erachtens nach für einen April-Scherz zu uns gebracht hat. Und dafür gehe ich einfach mal auf meine Videos und dann habe ich hier schon mal was vorbereitet. Das ist das letzte Video von mir. Könnt ihr mal gerne reinschauen, das ist ganz interessant. Und wir haben hier einen neuen Reiter in Snooper Vision ansehen. Klicke ich drauf, komme ich auf eine Website, wo ein Video präsentiert wird. Und wo hier oben steht, Snooper Vision befindet sich in der Beta-Phase und wird spätestens am 4. Dezember 2096 für dieses Video freigegeben. Ich habe es als April-Scherz angesehen, das ist ein Grund, weil wenn ich die Seite aktualisiere, steht auf einmal ein anderes Datum oben. Und das ist völlig irrelevant, irgendwie, meines Erachtens nach. Des anderen könnt ihr uns sehr gerne mal dieses Video anschauen, was Snooper Vision bewirkt. Hey guys, I'm Ben Rallis, Director of Innovation here at YouTube. Today we're excited to announce a feature that people have been asking about since we launched. The ability to watch every video in 360 with Snoop Dogg. Starting today, just click a button on any YouTube video and immediately experience it in Snooper Vision. So what's so awesome about this new product is that finally you can combine 360 immersive viewing Das probieren wir dann gleich noch aus. We originally wanted the Gen and Juice video to be in 360, but the technology just wasn't there yet. So I coded the hell out of this software to get me up in there. We brought Snoop Dogg to be part of the development process and he immediately became a real leader on our team. We thought his involvement would be limited to a few recording sessions, But somehow, some way, he kept coming up with these groundbreaking ideas, like every single day. When you add the double J... Mal kurz Stopp. Habt ihr das gerade verstanden? Ein Video in 360 Grad in jede Richtung drehen zu können in YouTube. Das wäre für die Gaming-Industrie geil. Man könnte jede einzelne Bildfrequenz angucken und man verpasst nichts mehr. Man könnte Nachrichtensendungen sogar den Kameramann anschauen. Wie geil ist das denn? Weiter geht's. Es wird ein größer. Er wurde in alles involviert, von Design, von User-Testing. Diese Technologie ist so immersiv, dass ich manchmal... Man, ich vergesse, ob ich in einem Video oder im realen Leben bin. Das wird verändern, wie du Videos mit Snoop Dogg schaust. Snoop-A-Vision ist in hoher Definition. Jetzt sehen Sie die Welt, wie ich mache. In 360 Grad. In 360 Grad. Diesen Button einfach mal unter eurem Video klicken und ihr werdet sehen. Das ist ein April-Sherz. Ich sehe dich auf dem Internet. So, jetzt haben wir hier ein paar Videos. Und ich habe aber schon ein Video vorbereitet. Und das ist dieses hier. Und man kann hier wirklich, jetzt hier ist Snoop-A-Vision aktiviert sozusagen. Und man könnte jetzt mit diesen, ihr seht das ja auch. Ich kann hier mit der linken Maustaste einfach mal so das Video anhalten. Was heißt anhalten? Und hier die ganze Zeit das Bild drehen im Video. Na, ist cool. Wir sitzen hier im Kinosaal. Es sind alle Videos aufgebaut wie im Kinosaal. Und ich würde uns einfach mal auf Play drücken. A.K.A. Double Rainbow Guy hanging with Snoop. Ehh. Was bedeutet das? Wir können ja auch gerne die Untertitel einblenden. Ehh. 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 Das ist ja der Hammer. Also wenn das wirklich durchgesetzt wird, finde ich es hammergeil. Aber Richards ist es auf jeden Fall. Meines Erachtens nach. Fehler! Da hat auch schon. Dimm nun, Sonne Mitle! Und schon verd amounts. Dimm nun mit Australisch 된red. Ich weiß nicht, was ich zu singen würde, würde ich? Ich weiß nicht, was ich zu singen würde, würde ich? Oh mein Gott, oh mein Gott! Look at that rainbow! Das war's für mich.